Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht es gut. Ihr seid alle gut in diesem Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.400 US-Dollar vor der wichtigen FED-Zinsentscheidung. Deswegen gibt es heute Abend um, ich glaube, 18.40 Uhr machen wir einen Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Also wer Bock hat, kommt gerne dazu um 18.40 Uhr. Ich werde den Link später noch in die Telegram-Gruppen posten. Und wenn ich gerade schon Telegram erwähne, kommt auch gerne in die Telegram-Gruppen rein. Dort gibt es kostenlose Setups, wenn ihr irgendwie traden wollt. Und natürlich auch die aktuellsten News. Ja, und bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und wenn ihr Altcoin-Mits habt, gerne unten in die Kommentare rein. Gut, genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach relativ flott durch. 20.400 US-Dollar. Wir halten weiterhin im Endeffekt hier unsere dynamische Unterstützung momentan zumindest noch. FED ist 0,75 Basispunkte oder 0,75% ist einfach eingepreist heute Abend. Und was ich mir trotzdem vorstellen könnte, dass wir genauso im Endeffekt wie das letzte Mal, war ja auch 0,75% eingepreist, der Move ging dann im Endeffekt, wir sind kurz vorher ein bisschen gepumpt, kurz hoch, die Stop-Losses ausgefischt und dann im Endeffekt die Kehrtwende nach unten und dann wieder im Endeffekt zum Ausgangspunkt zurück. Und genau im Endeffekt diesen gleichen Punkt könnte ich mir erst einmal um 19 Uhr vorstellen. Dass wir im Endeffekt nochmal hier in der Region möglicherweise hier um 20.700 US-Dollar, einfach um die Stop-Losses hier oben noch zu fischen, hochgehen kurz vorher und dann in die Region um 20.000 US-Dollar nochmal runtergehen. Wir haben hier noch eine Vector-Candle und wir haben natürlich unsere Vector-Candles bis 19.300 US-Dollar. Das wäre jetzt momentan der Weg, der am plausibelsten ist, um einfach auf beiden Seiten ordentlich Stop-Losses zu fischen. Ansonsten könnte die Rede danach um 19.30 Uhr nochmal deutlich interessanter werden, weil wie gesagt, die 0,75% sind eingepreist, das ist der Weg momentan. Sollte aber dann die FED aufgrund der starken US-Arbeitsmarktdaten etc. pp., was die ja eigentlich nicht wollen, wir hatten es gestern, habe ich es kurz in die Telegram-Gruppe reingepostet, die Jobrate bzw. die Jobs, die zur Verfügung stehen, sind nochmal gestiegen. Und das könnte wiederum die FED dazu bewegen, zumindest an ihrem Kurs festzuhalten und nicht, wie manche schon wieder munkeln, die Zinsen ein bisschen runterzuschrauben bzw. die Erhöhungen runterzuschrauben. Also da wird es nochmal sehr, sehr interessant, was man da zwischen den Zeilen lesen kann. Werde ich euch natürlich auch in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, den Rest besprechen wir später dann um 19.00 Uhr während des Livestreams bzw. 18.40 Uhr starten. Wir können ja nochmal vorher drüber sprechen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, für mich weiterhin das plausibelste. Wir holen im Endeffekt die Stop-Losses hier oben über die 21.100 US-Dollar. Die Frage ist, reicht dieser Move später dafür, dass wir hier kurz vorher noch in diesen Regionen kommen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher Richtung 20.700, dann eben kurze Volatilität in dieser halben Stunde, bevor wir uns dann im Endeffekt da wieder begegnen, wo wir angefangen haben. Trotzdem übergeordnet bleibt die Richtung. Ich habe meine Orders weiterhin hier unten in die Region zwischen 19.700 und 19.200 US-Dollar. Das Golden Pocket habe ich gestern schon dazu gesagt. Nicht verwirren lassen, liegt bei mir bei 19.300. hat den Aspekt, wir haben bei Binance, wo die viele Liquidität eben liegt. Da hatten wir den Wignobis 18.200 und eben bei Bybit hier bei 18.000. Und darauf möchte ich ein bisschen Rücksicht nehmen. Hat einfach den Aspekt, da wo das Volumen liegt, danach richten wir uns. Und nicht nach Bybit, wo überhaupt kein Volumen liegt im Endeffekt. Und deswegen machen wir das FIP-Level hier bei 18.200 den Start. Und deswegen haben wir auch das Golden Pocket bei 19.300 US-Dollar. Gut, dann Ethereum, Trend gebrochen. Wir hatten hier zweimal so ein kleines Viereck gebildet. Im Endeffekt, wo sich der Kurs immer drin bewegt hat, jetzt sind wir da kurz rausgebrochen. Auch hier sehe ich momentan noch keine Order. Ich habe zwar schon in die Telegram-Gruppe ein kleines Setup reingepostet. Und zwar einerseits da, wo die Vector-Candle ist, sieht man hier ganz gut bei ungefähr, was haben wir hier, 1497, die 4-Stunden-Candle. Und da wäre zumindest eine kleine Order bei mir liegen mit ungefähr 2% Risk nach unten. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns das später eben holen, sobald wir eben diese FED-News haben. Wie gesagt, kurzer Pump nach oben, um nochmal ein paar Stop-Losses zu fischen. Dann unten die paar Longs, die hier bei der Vector-Candle sehr wahrscheinlich aufgemacht wurden, um dann im Endeffekt die Reise nach oben hin fortzusetzen. Das ist momentan die kleine Strategie, die ich mir zumindest zurechtgelegt habe. Aber wie gesagt, ich würde direkt bei den News, würde ich erst einmal keine Orders reinlegen. Also momentan alles, was in der FED-Zeit ist, nicht irgendwie FOMO, oh ja, wir gehen runter, schnell Long eröffnen. Lasst es einfach sacken, wartet lieber 1-2 Stunden und dann schauen wir uns neue Setups ein. Ich würde jetzt keinem raten, hier jetzt schon darauf zu spekulieren, ah, wir gehen eh hoch, wir gehen eh runter und dann irgendwie darauf zu spekulieren. Kann ich euch nicht empfehlen, lasst einfach die Finger davon. Erst einmal, wenn es genauso kommt, wie im Endeffekt befürchtet oder wie es im Endeffekt eingepreist ist, sehen wir wahrscheinlich wieder diesen kleinen Aufwärtstrend kurz vorher und dampen dann nach unten kurz und gehen dann wieder im Endeffekt zu unserem Ausgangspunkt zurück. Das ist weiterhin im Endeffekt die klare Richtung. Dann, XRP, auch hier weiter am Rumdümpel, nachdem wir uns den Abtrend gebrochen haben, wo wir ja darüber gesprochen haben, dass er immer, immer schwächer wurde, über den Zeitraum hinaus nach oben, taubeln wir jetzt hier um die 45 US-Dollar-Cent. Also auch hier warte ich immer noch auf diesen Impuls, den wir hier unten aus dem Golden Pocket am wahrscheinlichsten kriegen sollten, aber da bewegen wir uns momentan nicht hin. Also auch hier momentan weiterhin Wartezeit, kein Short, kein Long, hier erst einmal geplant. Dann Dogecoin. Ganz ehrlich, ich habe es auch kurz geschortet, war erfolgreich und dann sofort ausgestoppt worden, aber lasst momentan noch die Finger davon. Wir haben unser High bei ungefähr knapp 0,16 US-Dollar-Cent. Wir können mal ganz kurz auf den Daily hier reinschauen, ob sich hier Short-Möglichkeiten ergeben. Man sieht, wir haben die Ineffizienz gefüllt, alles gut. Gut, dann könnten wir uns einfach mal von ganz oben, von unserem High bis zu unserem Low jetzt erst einmal ganz kurz das FIP-Level legen. Da sehen wir, okay, wir haben weit und breit erst einmal nichts. So, die nächsten Hochs auf dem Daily-Chart liegen bei ungefähr 0,17 und ungefähr 0,18 fast, genau auf den Dollar-Cent. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz, wie wir im Endeffekt so eine Analyse starten, mal ganz kurz in die kleineren Timeframes. Da seht ihr, okay, hier oben bei 0,17, 1,33 liegt die Liquidität. Hier ist eine Menge, Menge Liquidität oben reingekommen. Diese Orders haben wir uns nicht mehr gefischt. Gleiches Spiel hier drüben bei den 0,18. Und das ist momentan einfach dieses Risiko, was ich einfach hier sehe. Und ihr seht immer wieder diese Peaks, die wir hier oben hatten, immer wieder diese krassen Volumen-Peaks. Ich kann euch echt nicht raten, hier mit Bewusstsein in einen Short-Trade reinzugehen. Das Risiko, mir persönlich, wäre hier einfach auch zu hoch. Ansonsten müsst ihr eure Orders hier über 22 Dollar-Cent in Stop-Loss legen, weil einfach hier dieser Bereich viel zu viel Volumen liegt. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Lasst die Finger von Doge, freut euch, wenn ihr da Spot drin seid, freut euch den Teufel. Aber nehmt Profite, aber Short momentan, lasst die Finger von. Die Möglichkeit ist, klar, wir holen uns dieses hoch mit deutlich weniger Volumen, bei ungefähr 0,16. Dann gehen wir mal hier nochmal so, dieses kleine FIP-Level könnten wir uns vielleicht mal noch anlegen, hier von unserem höheren Hoch. Schauen wir mal ganz kurz an. So, FIP-Level, dann bis runter zum Low. Dann wären wir hier schon durchs Golden Pocket durch. So, dann zum nächsten Hoch. Dann sind wir jetzt hier genau am Golden Pocket schon drin. Aber ganz ehrlich, lasst die Finger davon. Lasst einfach die Finger davon, freut euch über eure Spot-Profite. Und ansonsten, Trend wurde jetzt erst einmal gebrochen. Aber ganz ehrlich, es kann gut gehen, es kann auch absolut scheiße werden. Aber die Range da oben ist mir ehrlich gesagt einfach viel, viel zu groß. Deswegen, kleine Warnung von mir, diese 30%-Range. Lasst die Finger von. Ich hab's nur mitbekommen, oh ja, Doge shorten. Es haben einen Haufen Leute Kohle verloren. Es haben einen Haufen Leute Kohle gewonnen. Aber das ist jetzt einfach nur mein Rat. Lasst die Finger davon. Kauft Spot vielleicht nach. Sucht euch Nachkauf-Level. Zieht hier vielleicht das FIP-Level nach oben. So der Bereich. Um 0,86 hier vielleicht. Oder dieses letzte Hoch. Keine Ahnung. Können wir uns morgen nochmal genauer angucken. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nur eine Warnung von meiner Seite aus. Ich werde da auf jeden Fall kein Setup irgendwo reinposten. Weil es mir einfach zu riskant ist. Gut. Das war's von meiner Seite. Noch ganz kurz die News. Hongkong macht offiziell einen Schritt in Richtung Kryptolegalisierung. Wichtiger Schritt. Was ich vorhin auch gelesen habe. Südafrika. Irgendein Supermarkt-Anbieter. Ich glaube, der größte da unten. Akzeptiert jetzt Bitcoin. Mal schauen, wann es in Deutschland soweit ist. Das wird sich wahrscheinlich noch um Jahrzehnte in die Zukunft verziehen. Gut. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, heute Abend 18.40 Uhr würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr wieder am Start seid bei unserem Livestream. Wir machen eine halbe Stunde. So Viertel nach sieben oder so. Ganz entspannt. Und morgen natürlich dann der ganz normale Livestream. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns später. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. Bar Uni.